Moin Moin Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Tactics and Glory hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Es geht heute weiter im Prestigepokal. Kurz vor der Winterpause spielen wir noch das 8. Finale gegen unseren Liga-Konkurrenten. WN Wiesbaden in der Liga 4 Punkte auseinander. Unser Hinspiel in der Hinrunde 0-1 auswärts gewonnen. Sind hoffentlich gute Voraussetzungen hier auswärts wieder zu deliveren mit unseren Auswärtstrikots. Ähm, ja. Ich mag die Blau-Rot-Kombination mittlerweile, ganz nice. Gegen WN Wiesbaden? Mh, ja. Auf jeden Fall schwerer als Schweinfurt, definitiv. Aber vielleicht geht hier ja was. Oh, der bringt den Ball sogar durch. Na 80 gegen 112, nicht schlecht. Schnellbacher, was hat der vor? Der liegt auf Schäffler und der Schäffler will jetzt ja... Huch, einen raushauen. Ich merke gerade, ich habe mir nichts zu trinken geholt. Nö, der Schäffler will keinen raushauen. Dann muss der Daniel den mal holen, hoffentlich. Nein, weil Daniel würfelt eine Crap 1. Wird der Koper denn mit der Grätsche sich den Ball holen? Nö, der Koper hat auch keine Lust, sich den Ball zu holen. Und damit ist das ein denkbar ungünstiger Start, weil der Schäffler läuft jetzt hier einfach rein. Und jetzt hat er nur Rafa und Björn vor sich. Nö, der rennt einfach in die Kette. Und jetzt hat er nur Björn vor sich. Aber Björn hält das Ding, weil er nur eine 3 würfelt. Sehr gut. Zwar Eckball für Wehen-Wiesbaden, aber es hätte gerade deutlich schlechter laufen können. Pizzoni mit 12 und 29. Ja gut. Mauersberger geht mal hier ran. Da gehen wir ran. Und Rafa geht da nochmal ran. Schauen wir mal. Mauersberger sollte den abfangen. Tut er gerade auch. Da soll der Gelupfte-Pass ankommen. Den sollte sich Konrad jetzt greifen. 75 gegen 75. Jo. Gewinnt den Zweikampf. Jetzt ist der zwar motiviert. Setzt Konrad hier auch noch mit einem aggressiven Zweikampf um, oder? Kriegt immer eine Karte, alles klar. Ja, Rafa. Auf Wandwedge wäre natürlich ideal. Ey, Rafa, komm, bitte. Ne 9, super. Super. Obher, weil damit können wir mit Schahin hinter die Kette und Wandwedge, Delivert er wieder. Er Delivert wieder. Er Delivert wieder. Und jetzt hat Schahin die Riesenchance gegen Vrit, das 1-0 zu machen. Und Schahin 71. Überragend gewürfelt. Bei einer 76 insgesamt. Und Vrit. Muss das erste Mal hinter sich greifen. Und damit haben wir ein Auswärtstor. Und das ist wichtig. Ich lasse Schahin nochmal drin. Und bring Jung dann, wenn ich denke, dass es Zeit ist für Jung. Und er holt sich den Ball nochmal aggressiv. Oder vielleicht auch nochmal. Bei Grätsche wird ja auch so angezeigt. Ja, Daniel hat den Ball da jetzt rüber gespielt. Das ist blöd, weil Kopa holt sich den jetzt mit der Grätsche hoffentlich. Nein, das war also nicht blöd. Sehr gut, Kopa. Ball auf Wandwedge. Schahin kann nochmal hinter der Kette. Wir variieren das Ding mal. Wandwedge Delivert hoffentlich wieder mit dem langen Pass. Und er Delivert wieder. Das läuft ja super. Und jetzt kann Schahin nochmal einen rausholen. E-letzte Aktion vor der Halbzeit. Präzisionsschuss. Der geht nicht rein. Okay. Schade. Aber Schahin hat hier wieder Delivert. Und damit ist es wieder Zeit für Jung. Der hier hoffentlich wieder was zeigen kann. Ich möchte ihn auf jeden Fall hier bringen. Und Zapp spielt dann auch gleich mal auf diesen Jungen. Und der zeigt dann auch gleich mal, was er kann hoffentlich. Gut, da springen sie alle rein. Wird er nicht vorbeikommen. Das ist okay. Denn der Libero ist weg. Aber wir müssen irgendwie hinter den Verteidiger. Ob er mit dem Libero noch rausrennt. Damit Jung am Abseits steht. Weiß ich nicht. Jetzt kommt erstmal Dittrich hier. Mit 36 Kontrolle. Das sackt ein bisschen. Ich packe mal Dani hier oben hin. Und werde mit Kupa und Rafa jetzt Position tauschen. Weil mehr können wir gerade eh nicht machen. Da renne ich nicht hin. Oh, der wird den gelupften Pass probieren. Aber perfekt, dass wir Dani da jetzt hin platziert haben. Jetzt kommt der Schäffler mit seiner dreifachen Grätsche. Ja, kriegt den beim ersten Versuch. Und müsste jetzt von da schießen. Nein, er rennt einfach weg. Joa. Kommt uns nur zugute gerade tatsächlich. So, Wellisch. Und ich hoffe, Wellisch hat Lust. Ja, Wellisch hat Lust. Und theoretisch. Mist, der ist jetzt auf einmal stark. Oh, theoretisch kann Wellisch. Oh, und Wellisch macht das sogar. Der wirft eine 7. Das war ja ein überragender langer Pass. Übers ganze Feld. Und jetzt Jung. Mit der 20 gegen der 18. Jung macht sogar das 2-0. Jung delivert ja unfassbar im Team. Holy moly. Da ist ja mal wirklich Deliveren angesagt hier. Nice one, Jung. In der 80. Minute das 2-0. Damit habe ich jetzt echt nicht mehr gerechnet. Na, Schein hier noch ein Tor zu schießen. Oh, da gibt es einen Foul. Ist das aggressiv? Nein, Daniel ist nicht tot. Sehr gut. Der Ball auf Wanwetsch. Jung geht wieder hinter die Kette. Und Wanwetsch hat nochmal Bock, das aufzulegen. Oh, Wanwetsch. Das ist ja überragend, was der Mann hier seit im Pokal spielt. Und jetzt hat Jung nochmal Bock. Mit der letzten Aktion im Spiel. Präzisionsschuss. Oh, eine 15 gegen eine 17. Der macht fast einen Doppelpack, der Kerl. Schade. Aber es ist ja überragend, was der Jung hier zeigt. Das gefällt mir. Wanwetsch, Wiederspieler des Spiels. Jung hier hoffentlich auch wieder gut an Punkte sammeln. Ja, kriegt einen Stern immerhin. Und damit gibt es einen Upgrade. Stufe 24. Sehr schön. Schein kriegt einen Upgrade. Ich like. Der ist schon sogar richtig gut dabei. Ja, komm. Hier 30 Prozent, damit du einfach nochmal mehr aufsteigst, Junge. Jung kriegt ja auch gut Punkte. Bin mal gespannt, was der schon für einen Zweig hat. Und damit gibt es wieder 81 Fans. Es wird sich sogar lohnen, nochmal auszubauen. Aue hier mit einem 2-4 gegen 1. Preußen-Minster geht gegen Pauli unter. Regensburg schlägt Lotte. Würzburger Kickers Karlsruhe, Zwickau, Osnabrück. Ja, das sind alles große Kaliber da nur noch. Die sich hier alle durchsetzen momentan. Ob es da noch eine Überraschung gibt, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, dass der Wanwetsch hier überragend spielt. Ja, Zweikämpfe sind wir nicht mal richtig drin. Hier auch nicht. Weil wir gerade einfach durch den Pokal laufen. Wie ein heißes Butter durch... Wie ein heißes Messer durch die Butter. Und Hinspiel 2-0 gewonnen. Wieder gegen Wienwiesbaden. Ich bin jetzt überlegen, ob ich diesmal von Anfang an einen Jungen bringe. Hat der gerade drei Punkte bekommen auf Genauigkeit? Benni hat auch schon 35 Genauigkeit, ne? Ich glaube, ich bring... Klar, jetzt könnte man sagen, geh lieber auf Pokal, damit du noch Ruhm dann irgendwie mit Schein dann bekommst. Damit der hochkommt. Aber, äh... Nö. Ich werde den Jungen hierhin packen. Und, äh... Möchte, dass der dann ordentlich, äh... Punkte farmt. Schnellbacher ist da. Da können wir wieder wechseln eben. Da denken die, ich habe nicht aufgepasst. Ja. Das sollte doch hoffentlich zu wuppen sein. Ich meine, es könnte immer was dazwischen kommen. Ne? Wir wissen, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Aber, ja... Warum, äh... Sollten wir da jetzt nicht gegen wen Wiesbaden auch im Rückspiel deliveren, ne? Komm, rein ins Spiel. Wir haben Anstoß. Das heißt, der erste Ball geht schon mal auf Jungen. Und der darf dann gleich mal hier versuchen, den Ball irgendwie wegzubringen. Ja, das sieht super gut aus. Ja, Libero ist da. Ja, ich könnte mit Jungen da raufgehen, aber ich gehe mal hinter die Kette. Ich hoffe mal nicht, dass er hier mit... Na, ich gehe mal hier hinter. Ich denke mal, mit dem Verteiliger würde er da nicht hinzugehen, auf 6 passen. Aber der hat 33 Kontrolle, ne? Nein, er geht nicht mit dem. Der hat 36 Kontrolle, okay. Vielleicht sollte ich da mal auf Kontrolle in Zukunft achten. Dittrich, ja, kontrollier du mal das Ding. Äh... Tatsächlich... Ah, ich hätte sogar mit Jungen jetzt mal laufen können, nochmal hier vor und zurück, ne? Puh. Ja. Tatsächlich, äh, ist mir das gerade relativ Wumpe. Äh, mit Daniel bleibe ich hier auch stehen, damit ich da nicht aufmache. Und es reicht ja momentan, wie wir da stehen. Daniel hat hier gerade wieder den Ball. Da gibt es die dreifache Grätsche und der wurde gepresst von Wenninger und damit hat Daniel den Ball. Wird auch nicht gefoult. Ähm, hier haben wir eine Elfverteidigung. Die sollte Daniel hoffentlich gewuppt bekommen. Muss er nicht mal gewuppt bekommen. Weil wir den Ball da jetzt einfach durchstecken. Hoffentlich auf Wanwetsch. Das wäre richtig gut. Yes. Sehr gut, Daniel. Jetzt müssen wir mit Wanwetsch gar nicht mal, äh, durchstecken. Wir spielen trotzdem den langen Pass. Und Jung kann hier jetzt nochmal wieder zeigen, dass er hier wirklich deliveren kann. Och, ne 12 gegen ne 15. Aber die Ecke. Aber die Ecke. Wieder super gewürfelt eigentlich. Also da haben wir echt Glück mit Jung gerade. Konrad und Wenninger machen natürlich rechts jetzt komplett auf. Ich hoffe, wir können da, ähm, uns durchsetzen in der Mitte. Oder dann zumindest den Ball ins Ausschießen. Gucken wir mal. Konrad setzt sich nicht durch. Das ist schlecht. Wenninger muss ich jetzt mal durchsetzen. Setzt sich auch nicht durch. Und damit wird der Ball da rausgeköpft. 26 Kontrolle, 29 Kontrolle. Tatsächlich sogar das Schlechteste, was uns gerade passieren konnte. Ich versuche mal mit Wenninger den Ball zu halten, weil der einfach mehr Kontrolle hat. Wo Jung hätte die Punkte bekommen, ne? Boah, das müssen wir jetzt überstehen. Ah, die Grätsche geht durch. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Weil da wird jetzt gelupft versucht, oder? Oder will Petsoni flanken? Ne, der macht den gelupften Pass, ne? Nein, der will flanken. Oh, da könnte das 1-0 kommen. Aber Welles, passt auf. Super. Ich weiß immer noch nicht, wie das hier zusammenhängt. Damit sind wir auch wieder komplett refreshed. Ich weiß nicht, wie die Zweikämpfe hier zusammenhängen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Anscheinend ging der Ball durch. Jetzt kann Schäffler noch was machen. Schießt einfach von da. Ja, würfelt eine 1. Kann man mal machen, Schäffler. Die holen sich nicht mal mehr den Ball. Und Welles könnte jetzt hier nochmal auf Wanwetsch durchsetzen. Boah, gegen zwei Leute wird hart. Ja, bleibt schon am ersten hängen, okay. Kupa kann nochmal die Grätsche ansetzen. Dann gibt es ordentlich Punkte. Sehr schön, Kupa. Und ja, bringt den Ball doch mal auf Jung. Vielleicht kriegt er nochmal Punkte. Schade. Okay. 0-0 zur Halbzeit. Momentan für uns ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Damit sind wir weiter im Pokal. Wir bleiben so. Jung bleibt auch drin. Damit der Ohr nicht den Ruhm absahnt, hoffentlich. Daniel kann nicht abfangen. Jetzt müssen wir auf unsere Abwehr hoffen. Schäffler, kann der hier was zeigen? Nein, kann er nicht. Gegen Wenninger ist zwar jetzt motiviert. Kann sich den Ball wiederholen. Macht er auch. Mit einem aggressiven Zweikampf. Bitte nicht tot. Bitte nicht tot. Okay, nicht tot. Lange nicht mehr verletzt gewesen. Zum Glück. Zum Glück. Tja, Daniel müsste jetzt hier nochmal deliveren. Wird aber hart. Aber steckt den Ball durch auf Wanwetsch. Und Jung hinter die Kette. Wanwetsch mit einer 10 gegen eine 10. Überragend. Und dieser überragende Spielzug sollte doch mit einem Tor vollendet werden. Schade. Letzte 12 gegen eine 62. Wriet hatte Interesse. Lazy Gentleman. Würde der jetzt auch zum Fallrückzieher ansetzen. Wenn er könnte. Ich werde mit Jung einfach mal versuchen. Äh, tatsächlich hier drin zu bleiben. Und, äh, Wenninger hinzulassen. Um hier nicht so viel zu riskieren. Gut, wenn wir rausgedrückt werden, wäre schlecht. Aber vielleicht setzt Jung sich ja durch. Ist ja auch motiviert. Aber gegen zwei Leute wird natürlich schwer. Gucken wir mal. Ja. Wird da auch rausgedrückt. Kann Konrad sich wenigstens halten? Nein, Konrad kann sich auch nicht halten. Könnte aber immer noch ansetzen. Gut. Ecke kommt eh nicht an. Wir hätten es also eh nicht erfahren mit Jung. Jetzt ist Konrad zwar vorne, aber... Ist nicht allzu tragisch. So, kommen wir mit Jung hier hinter die Kette? Nein, aber wir positionieren uns mal vernünftig. Ah, ich hätte Wenninger eigentlich hier reinsetzen sollen, ne? Für Schäffler. Damn it. Tja, kann Wien-Wiesbaden hier noch den Anschlusstreffer machen oder nicht? Hält Dietrich jetzt den Ball? Ja, Dietrich hält den Ball. So, tausch mal hier. Warte mal, tausch mal Positionen hier mit Konrad. Wir rennen da rein. Und Konrad kann nochmal versuchen, hier irgendwie den Weg nach hinten anzusetzen. Dietrich, kannst du noch was zeigen? Gelupfter Pass muss es ja schon fast sein, ne? Mhm. Schafft er sogar fast? Schwede holt sich den Ball. Was hat der jetzt vor? Will der schießen? Nö, der rennt einfach. Ladies and Gentlemen. Der rennt einfach mit 22 Kontrolle. Wenninger, you know what to do. Unsere letzten Aktionen im Spiel. Ich werde mit Wenninger jetzt versuchen, das Ding zu halten. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Foul raus. Ah, der Schäffler mit seiner dreifachen Rätsche kommt da an. Kann vielleicht dann nochmal irgendwie den Anschluss schaffen von da oben. Ja, kriegt den Ball auch. Oder von da, er bleibt sogar da stehen. Schießt er jetzt nochmal? Er schießt nochmal eine 18, wird aber abgefangen von einer 115. Und damit sind wir im Pokal. Viertel Finale. Sehr schön. Schönes Spiel. Ja, wann wird's hier wieder Spieler des Spiels? Ist seine Pokal-Season. Leider kein Sieg. Deswegen auch nicht so viel Erfahrung. Aber trotzdem reicht uns das hier gerade. So, gibt's hier einen RV-Upgrade? Yes, gibt es sogar. Und der Wenninger kann sogar nochmal auf 70% eigentlich gehen, ne? Das sieht nämlich ganz gut aus, was der Wenninger hier zeigt. Und Jung hat hier nochmal gut Stürmerpunkte bekommen. Schein hier mal komplett auf der Bank gelassen. Wir sind über 2000. Oh, Karlsheiß Jena haut Zwickau noch raus. Das ist eine Überraschung. Jena wäre geil im Pokal. Haben... Boah. Jena hätte ich gerne im Pokal, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten hat sich alles durchgesetzt, was ich hätte durchsetzen sollen. Alles andere wird echt schwer im Pokal. Da müssen wir jetzt echt hoffen. Oh, Regensburg hier mit Knoll, ne? Der hat aber auch richtig Bock, der Junge. Das ist schon ein starker Innenverteidiger, wenn man mal ehrlich ist. 39 Zweikämpfe auch schon. Krass. Nun gut. Pokal Würzburger Kickers. Am 5. Februar. Das wird ein Brett. Aber wir haben jetzt erstmal... Ähm... Winterpause. Da können wir Kräfte tanken und unseren nächsten Jugendspieler holen. Ich hoffe diesmal echt auf eine Bombe. Oh. Holy Moly. Da geht's auch schon gleich gegen die Würzburger Kickers. Erstmal hier wichtige Mitteilung. Es geht schon weiter, Ladies and Gentlemen. Knitte hat Reaktion. Äh, Knitte hat Reaktion gewonnen. Verträge. Und Jugendspieler. Mittelfeldspieler. Kleber. Alter 19. Stufe 22. Oh Mann ey. Wir haben echt kein Glück, ne? 28 aufpassen. 28 auf Kontrolle. Ist echt nicht schlecht, wenn wir mal ehrlich sind. Pass in freien Raum. Grätsche. Oh, what the fuck, Alter. What the fuck. Okay, der Junge hat ja richtig Interesse. Kanonschuss. Ja, pass in freien Raum. Könnten wir machen. Aber einen DM mit Grätsche, ne? Der war auch mal wieder nice. Vielleicht können wir den ja auf DM... Obwohl, der ist universal im Mittelfeldspieler. Okay, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Hätte ich doch pass in freien Raum machen sollen. Ist auch noch ein universal im Mittelfeldspieler. Boah. Aber damit können wir Bigalke eigentlich jetzt mal verkaufen. Haben einen Ersatz Mittelfeldmann. Müssen wir viel... Ja, oder? Bigalke ist gering. Ja, Bigalke werde ich jetzt auch nicht mehr spielen lassen. Vielmehr wird sich da jetzt auch nichts erhöhen. Komm, Bigalke ab zu FSV Frankfurt. Vielen Dank, Bigalke. Und weg mit dir. Oh, Junge ist schon echt teuer. Aber ich mache den auf jeden Fall mal hier drei Jahre. Erdmanners 91.000. 100.000, Alter. Gucken wir erstmal was auf Vertrags... Ja, mit Schein müssen wir eh verlängern. 100.000. Leute, 100.000 kostet eine Vertragsverlängerung. Holy moly. Und Wanwitch ist auch teuer, ne? Ist auch nicht mehr so lange da, leider. Konrad auch nicht mehr so lange. Ist verlängert. Und Björn? Ja. Björn gönne ich mir wirklich sogar drei Jahre, weil der wird teurer. Ja. Je länger er hier ist... Why not? Oder? Auch wenn es 150.000 sind. Was hat Erdmanners denn? Ist wieder nur Mitte hier. Okay. Erdmanners muss wieder spielen. Ach komm, wir machen mal zwei Jahre mit Björn. Und gucken gleich mal, was auf der Transferliste ist. Wegen Erdmanners auch. Schade. 19 Jahre, Stufe 22 ist der nächste Jugendspieler. So, was haben wir hier? Oh, Stürmer en masse. Giao. 29 Jahre jung. 77. Stufe 44. 76. 29 Jahre jung. Wir sehen leider nicht, wann der Geburtstag hat, ne? Theoretisch könnte sich das lohnen. Dorwart ist aber MS. Und MS ist tatsächlich ein Abschlusskriterium für mich. Weil, keine Frage, seine Werte sind bockstark. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir könnten Schein verkaufen und Mega Plus machen. Aber, dann lieber Giao, wenn ich ehrlich bin. Aber der ist 27. Was gibt's in der Verteidigung? Wir brauchen auch noch einen jungen Verteidiger. 26. Löwen. Innenverteidiger. Keiner mit Kopfball hier, ne? Langer Pass, langer Pass. 1,3 Millionen sogar, ne. Eine Million, ne. Das ist mir zu teuer. Hackentrickstufe 1, der Grumel. 21 junge Jahre. Oh, das ist eine interessante Transferliste. Dorwart. Puh. 30 Jahre. Schade. Prinosil. Macht jetzt nicht so viel Sinn. Weil der hat den langen Pass, deswegen schade. Wäre aber auch noch ein Jahr jünger als Van Vetsch, ne? Boah, wollen wir das sogar machen? 284.000. Was hat der? 310.000. Wäre ein Jahr jünger, ne? Vom Eviswilz-Wigau, theoretisch. Boah, die Transferliste, ähm, ich glaube, ich werde nicht mehr so viel im Voraus aufnehmen jetzt. Da möchte ich tatsächlich mit den Jungs hier, äh, Entscheidungen treffen. So, erstmal Regensburg. Was haben wir hier? Haken-Trick auf Stufe 2. Das zackt schon mal richtig der Adam Jan. Da wird sich das wahrscheinlich wieder, ja, anbieten, in Anführungsstrichen. Müssen. Thiessen. Boah, das wird schwer gegen Regensburg im nächsten Part. Knoll, auch diese überragende Verteidigung hier, tatsächlich. Kirchhoff ist machbar, überwindbar, aber sonst der Rest schwer. Ziehe Eis, ja, da muss ich sogar da rüber gehen mit Zap. Sonst bringt uns das nix. Da muss ich Schahen ja sogar da hinpacken. Das sind sogar Innenverteidigte, springen da ja nicht mal rein, ja, dann würde ich so schießen. Eins, zwei, drei, ja. Damit sollte es Zap den rüberlegen können. Und ich bringe sogar Erdmanners. Ach, der kann den da auch so da rüberlegen. Dann geht Erdmanners da hin. Einfach, um das Interesse der Leute zu wenden. Obwohl, ihn verkaufen will ich wahrscheinlich eh erstmal nicht. Von daher, Zap, geh mal da hin. Ähm. Ja, werde ich den jetzt noch umgestalten? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Kleber bleibt erstmal. Auch ein interessanter Dude tatsächlich. Sehr markantes Gesicht. Nicht gegelte Haare oder, na, fettig werde ich sie jetzt mal nicht, äh, bewerten, sondern gegelt. Welche Haare sind denn das? Welcher hat er denn hier ausgewählt gerade? Ach, die. Okay. Hat ein bisschen Derpy-Face, aber, ja. Ah. Genau. Ja. Hm. Transferlist ist wirklich interessant. Das Problem bei Dorwart ist halt, der kann nicht. hinter die Kette rennen. Automatisch. Das. Äh. Wäre das einzige Problem. Hm. Das können halt die Stürmer. Universalstürmer. Deswegen wäre das richtig awesome, wenn der Universalstürmer gewesen wäre. Es hat aber auch 27, ne. Der könnte halt nochmal richtig reinhauen. Gute Torquote. Aber wir haben halt auch keine Flügelspieler wirklich. Giao, was hat der für eine Torquote? Nicht mal so eine gute. Von Großaspach. Ja, da werde ich mit den Jungs gucken. Verteidigung ist hier halt aber auch nix dabei, was mir wirklich echt ins Gehirn. Warum ist der eigentlich Innenverteidiger geworden? Der Löwen. Der hat überragende Werte auf alles. Und eine klasse, klasse Fähigkeit auch mit langem Pass. Nicht schlecht. Nun gut. Im nächsten Part geht es dann mit den Jungs weiter. Leider wieder nicht gutes Glück gehabt mit unserem Jugendspieler. Aber hey. Besser als nichts. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr schaltet dann wieder ein. Seid dabei. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Was wir noch machen können, ist auf jeden Fall mit Erdmann das jetzt noch einmal verlängern. Das geht nochmal richtig ins Geld. Aber okay. Und ja. Ich bedanke mich. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Leute. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Ciao.